William Beckford Vatek Vatek, der neunte Kalif aus dem Hause der Abbasiden, war der Sohn des Mutassem und Enkel des Harun al-Raschid. In jungen Jahren bestieg er den Thron. Die großen Eigenschaften, die er ganz jung schon besaß, ließen seine Völker hoffen, dass seine Regierung lang und glücklich sein würde. Sein Ansehen war hoheitsvoll und schön. Aber wenn er zornig wurde, da blickte sein eines Auge so schrecklich, dass man es nicht ertragen konnte. Der Unglückliche, den dieser Blick traf, fiel nach rückwärts und manchmal hauchte er sogar auf der Stelle den Geist aus. Und deshalb gab sich der Kalif, aus Furcht, seinen Staat zu entvölkern oder aus seinem Palaste eine Öde zu machen, seinem Zorne nur sehr selten hin. Er war den Frauen und den Genüssen des Tisches gleich stark ergeben. Seine Freigebigkeit kannte keine Grenzen und seine Ausschweifungen keine Zurückhaltung. Denn er glaubte nicht, wie der Kalif Oma ben Abdalazis, dass man aus dieser Welt eine Hölle machen müsse, um in der anderen Sicht des Paradieses zu erfreuen. Er übertraf an Glanz alle seine Vorfahren. Der Palast Al-Koremi, den sein Vater Mutassem auf dem wilden Pferdhügel erbaut hatte und der die ganze Stadt Samara beherrschte, war ihm nicht weit genug. Er ließ noch fünf Flügel daran bauen oder vielmehr fünf neue Paläste und er bestimmte jeden davon der Befriedigung eines seiner Sinne. In dem ersten dieser fünf Paläste waren die Tische stets mit den ausgesuchtesten Speisen bedeckt. Man erneuerte sie Tag und Nacht, sobald sie kalt geworden waren. Die feinsten Weine und die besten Liköre flossen in Strömen aus hundert Springbrunnen, die nie versiegten. Dieser Palast hieß das ewige Fest oder der unersättliche. Den zweiten Palast nannte man den Tempel der Melodie oder den Nektar der Seele. Ihn bewohnten die besten Musiker und bewundertsten Dichter der Zeit. Nachdem sie ihre Talente an diesem Orte geübt hatten, zerstreuten sie sich in Banden und überfluteten die ganze Umgebung mit ihren Liedern. Der Palast, das Entzücken der Augen oder die Unterstützung des Gedächtnisses, war ein einziges Wunder. Die größten Seltenheiten aus allen Ecken der Welt waren hier gesammelt, in Massen und in der schönsten Ordnung. Man sah in einer Galerie die Bilder des berühmten Mani und Statuen, die zu leben schienen. Hier reizte eine glücklich gewählte Aussicht den Blick, dort wurde das Auge angenehm durch die Künste der Optik getäuscht. An einer anderen Stelle fand man alle Schätze der Natur. Mit einem Worte, Vatek, der Neugierigste unter den Menschen, hatte in diesem Palaste nichts vergessen, was die Neugierde der Besucher befriedigen konnte, nur nicht seine eigene, denn er war unersättlich. Der Palast der Wohlgerüche, den man auch den Stachel der Wollust nannte, war in mehrere Seele geteilt. Aromatische Lampen und Fackeln brannten da auch am hellen Tage. Um sich von der köstlichen Trunkenheit zu erholen, in die man hier geriet, stieg man in einen weitläufigen Garten hinab, in dem alle Blumen eine kühle und erfrischende Luft atmen ließen. Der fünfte Palast hieß die Wohnung der Freude oder der Gefährliche. Hier waren viele junge Mädchen und Frauen. Sie waren schön und verführerisch wie die Huris und nie ermüdet, diejenigen wohlzuempfangen, die der Kalif in ihre Gesellschaft zulassen wollte. Denn er war gar nicht eifersüchtig und verwahrte zudem seine eigenen Frauen in dem Palast, den er bewohnte. Trotz all dieser Wolllüste, denen sich Vatek ergab, wurde er doch von seinen Völkern nicht minder geliebt. Man glaubte, dass ein Herrscher, der sich den Lüsten des Lebens ergibt, mindestens ebenso gut zum Regieren tauglich ist als einer, der sich als Feind dieser Lüste erklärt. Aber sein unruhiger und brennender Geist konnte da nicht stehen bleiben. Zu Lebzeiten seines Vaters hatte er aus Langeweile so viel studiert, dass er nun vieles wußte, Nun wollte er alles wissen, selbst die Wissenschaften, die es gar nicht gibt. Er liebte es, mit den Gelehrten zu disputieren, sie durften aber ihren Widerspruch nicht zu weit treiben. Den einen stopfte er den Mund mit Geschenken, die anderen, deren Überzeugungen seiner Freigebigkeit Widerstand leisteten, wurden ins Gefängnis geschickt, dass sie sich da ihr Blut abkühlen, ein Mittel, das oft half. Vatek machten auch die theologischen Streitigkeiten Vergnügen, und es war nicht die allgemein anerkannte orthodoxe Partei, für die er sich erklärte. Damit hatte er alle Zeloten gegen sich, also verfolgte er sie, denn er wollte immer und um jeden Preis Recht haben. Der große Prophet Mahomet, dessen Stadthalter die Kalifen sind, war im siebten Himmel über dieses irreligiöse Treiben eines seiner Nachkommen entrüstet. Lassen wir ihn nur machen, sagte er zu den Djinnen, seinen Geistern, die stets seiner Befehle harren. Wir wollen sehen, wie weit seine Nahheit und Ungläubigkeit geht. Treibt er es zu bunt, so wissen wir ihn schon zu züchtigen. Helft ihm diesen Turmbauen, den er in Nachahmung Nimrods zu bauen angefangen hat. Die Djinnen gehorchten, und während die Arbeiter tagsüber den Turm um Ellenbogenhöhe in die Höhe brachten, mehrten die Geister ihn des Nachts um zwei. Die Schnelligkeit, mit der dieses Gebäude gebaut wurde, schmeichelte der Eitelkeit Vartex nicht wenig. Er glaubte, dass sogar der füglose Stoff seinen Absichten entgegenkomme. Dieser Fürst bedachte trotz all seiner Wissenschaft nicht, dass die Erfolge der Unsinnigen und der Bösen die ersten Routen sind, mit denen sie geschlagen werden. Als er das erste Mal die elftausend Stufen seines Turmes hinaufstieg und hinunterschaute, erreichte sein Stolz den Gipfel. Die Menschen erschienen ihm wie Ameisen, die Berge wie Schneckenhäuser und die Städte wie Bienenkörbe. Die Vorstellung, die diese Höhe ihm von seiner eigenen Größe gab, verdrehte ihm vollends den Kopf. Schon wollte er sich selbst anbeten, als er die Augen erhob und sah, dass die Sterne noch ebenso weit von ihm entfernt waren, als er da auf der Erde stand. Über das unwillkürliche Gefühl seiner eigenen Kleinheit tröstete ihn der Gedanke, dass er in den Augen der anderen doch groß wäre und dass das Licht seines Geistes dasjenige seiner Augen übertreffe. Er wollte den Sternen sein Schicksal ablesen. Zu diesem Zwecke verbrachte er die meisten Nächte auf dem Gipfel seines Turmes und glaubte sich in die astrologischen Geheimnisse eingeweiht und bildete sich ein, dass die Planeten ihm die wunderbarsten Abenteuer voraussagten. Ein außergewöhnlicher Mensch sollte aus einem Lande kommen, dessen Name man nie gehört hatte, und der Held werden. Seine Neugierde hatte ihn immer sehr höflich gegen Fremde sein lassen. Jetzt verdoppelte er seine Aufmerksamkeit für sie und ließ durch Trompetenstöße in den Straßen Samaras verkünden, dass keiner seiner Untertanen einen Fremden aufnehmen dürfe, sondern jeder müsse in seinem Palast geführt werden. Einige Zeit nach dieser Proklamation erschien in der Hauptstadt ein Mensch, dessen Gesicht so entsetzlich war, dass die Wächter, die ihn in den Palast führten, die Augen schließen mussten. Der Kalif selber schien über das fürchterliche Aussehen erschrocken, aber bald folgte Freude diesem ersten Grauen. Der Unbekannte breitete vor dem Fürsten solch kostbare Seltenheiten aus, wie er sie nie zuvor gesehen und deren Dasein nicht einmal für möglich gehalten hatte. Es gab auch wirklich nichts, das außerordentlicher gewesen wäre, als die Waren dieses Fremden. Die mehreren seiner Geschmeide waren ebenso schön gearbeitet wie prächtig. Sie besaßen zudem noch ganz besondere Eigenschaften, die auf einem Pergamentstreifen geschrieben standen, der an jedem Gegenstand geheftet war. Es gab da Pantoffeln, die den Füßen beim Gehen halfen, Messer, die ohne Handbewegung schnitten, Säbel, die bei der geringsten Bewegung den Schlag ausführten, und all diese Gegenstände waren mit wertvollen Steinen besetzt, die niemand kannte. Unter diesen Kostbarkeiten fanden sich Säbel, deren Schneiden ein unsägliches Feuer ausstrahlten. Der Kalif wollte sie haben, und er versuchte, die fremden Schriftzeichen zu entziffern, die darauf graviert waren. Ohne nach dem Preise zu fragen, ließ er vor den fremden Menschen alles gemünzte Gold des Schatzes bringen und hieß ihn nehmen, so viel er wollte. Der nahm nur ganz wenig und sprach kein Wort. Vartek zweifelte nicht daran, daß das Schweigen des Unbekannten keinen anderen Grund habe, als die Hochachtung, die ihm seine Gegenwart einflöße. Er hieß ihn wohlwollend näher treten und fragte ihn herablassend, wer er wäre, woher er komme und woher er diese schönen Sachen habe. Der Mensch, oder vielmehr das Ungeheuer, rieb sich statt aller Antwort dreimal seine Stirne, die schwärzer war als Ebenholz, schlug sich viermal auf den Bauch, dessen Umfang Ungeheuer war, öffnete weit die Augen, die zwei glühenden Kohlen glichen, und lachte ein entsetzliches, lautes Lachen, wobei er breite, ambrafarbige, grüngefleckte Zähne zeigte. Der Kalif wiederholte, etwas beunruhigt, seine Frage, aber er erhielt keine andere Antwort. Da wurde der Fürst ungeduldig und rief, »Weißt du denn unglücklicher, wer ich bin? Und bedenkst du, mit wem du da spielst?« Er wandte sich darauf an seine Garten und fragte, ob sie den Menschen hätten reden hören, ob er stumm sei. Die Garten antworteten, daß er gesprochen hätte, aber was er gesagt habe, sei nichts Besonderes gewesen. »So soll er noch einmal sprechen,« befahl Wartek, »und er soll sprechen, wie er kann, und soll mir sagen, wer er ist, woher er kommt, woher er die seltsamen Dinge bringt, die er mir angeboten hat. Ich schwöre beim Esel des Balaam, wenn er weiter schweigt, will ich ihn seinen Eigensinn bereuen lassen.« Bei diesen Worten konnte sich der Kalif nicht enthalten, einen seiner gefährlichen Zornblicke auf den Unbekannten zu werfen. Dieser aber verlor nicht nur nicht seine Haltung, sondern das schreckliche und mörderische Auge des Kalifen machte nicht den geringsten Eindruck auf ihn. Worte können den Schrecken der Höflinge nicht ausdrücken, als die sahen, daß der unhöfliche Kaufmann eine solche Probe bestand. Sie hatten sich alle platt auf die Erde geworfen und wären auch da liegen geblieben, wenn der Kalif ihnen nicht wütend befohlen hätte, »Steht auf, Feiglinge, und ergreift diesen Elenden, daß man ihn ins Gefängnis werfe und von meinem besten Soldaten bewachen lasse. Er kann das Golden mitnehmen, das ich ihm gegeben habe. Er soll es behalten, aber er soll sprechen. Ich will, daß er spricht.« Bei diesen Worten fiel man von allen Seiten über den Fremden her. Man fesselte ihn um die Gurgel mit festen Ketten und führte ihn in das Gefängnis des großen Turmes, das sieben Gürtel von eisernen Stangen mit langen Spitzen, scharf wie Dolche, von allen Seiten umgeben. Der Kalif aber war in der größten Aufregung. Er sprach kein Wort. Kaum wollte er sich zu Tisch setzen und aß von den täglich gereichten 300 Gerichten nur 32. Diese Diät, an die er nicht gewöhnt war, wäre allein schon genügend gewesen, ihm den Schlaf zu rauben. Wie aber erst, da sich dazu diese Unruhe gesellte, die ihn nicht losließ. Sobald es Tag geworden war, eilte er selbst zum Gefängnis, um neuerliche Versuche bei dem starkköpfigen Fremden zu machen. Aber seine Wut lässt sich nicht beschreiben, als er sah, daß der Fremde fort, die Eisengitter zerbrochen und die Wächter ohne Leben waren. Ein wilder Wahnsinn, erfasste Wartek. Er stieß mit den Füßen nach den Leichen, die vor ihm lagen, und hörte den ganzen Tag nicht auf, sie auf diese Weise mit Fußtritten zu bearbeiten. Seine Hofleute und Visiere taten alles, um ihn zu beruhigen, aber als sie sahen, daß es ihnen nicht gelinge, schrien sie alle auf einmal, »Der Kalif ist verrückt geworden!« »Der Kalif ist verrückt geworden!« Dieser Schrei widerhallte bald in allen Straßen von Samara und kam schließlich an die Ohren der Prinzessin Karatis, Warteks Mutter. Ganz bestürzt kam sie herbei, um ihre alte Macht über den Geist ihres Sohnes zu versuchen. Ihren Tränen und Küssen gelang es, den Kalifen zu beruhigen, und auf ihren Wunsch ließ er sich in den Palast führen. Karatis hütete sich, ihren Sohn allein zu lassen. Nachdem man ihn zu Bett gebracht hatte, setzte sie sich zu ihm und versuchte, ihn durch ihre Unterhaltung zu trösten und zu beruhigen. Niemandem wäre das besser gelungen. Wartek liebte und verehrte sie nicht nur als eine Mutter, sondern auch als eine mit höherem Geiste begabte Frau. Sie war Griechin und hatte ihn alle Philosophien und Wissenschaften ihres Volkes gelehrt, zum großen Entsetzen der braven Muselmanen. Die Astrologie war eine dieser Wissenschaften und Karatis beherrschte sie vollkommen. Ihre erste Sorge war daher, ihren Sohn an das zu erinnern, was die Sterne ihm geweissagt hatten, und sie schlug vor, sie neuerlich zu befragen. Ah, sagte der Kalif, sobald er seine Sprache wiedergefunden hatte. Ich bin ein Sinnloser, nicht weil ich meinen Wächtern vierzigtausend Fußtritte dafür gegeben habe, weil sie sich blöde totschlagen ließen, aber weil ich nicht bedacht habe, dass dieser außergewöhnliche Mensch der war, den mir die Gestirne angekündigt haben. Statt ihn zu misshandeln, hätte ich versuchen sollen, ihn durch Güte und Schmeichelei zu gewinnen. Das Vergangene kann nicht widerrufen werden, antwortete Karatis. Man muss an die Zukunft denken. Vielleicht siehst du noch den, den du bedauerst. Vielleicht zeigen dir die Schriftzüge auf den Säbeln den Weg. Iß und schlafe, mein lieber Sohn. Morgen werden wir sehen, was da zu tun ist. Vatek befolgte diesen weisen Rat so gut er konnte. Am nächsten Tag stand er in besserer Verfassung auf und ließ sich die wunderbaren Säbel bringen. Um nicht von ihrem Glanz geblendet zu werden, betrachtete er sie durch ein farbiges Glas und versuchte, die Schriftzüge zu entziffern. Aber umsonst. Er schlug sich vergeblich vor die Stirne, erkannte nicht einen Buchstaben. Dieses Missgeschick hätte ihn wieder in seine frühere Wut gebracht, wäre Karatis nicht eingetreten. Nimm Geduld an, mein Sohn, sagte sie zu ihm. Du besitzest gewiß alle Wissenschaften, aber Sprachen zu kennen, das ist eine Bagatelle, und nur Pedanten geben sich damit ab. Versprich Belohnungen, die deiner würdig sind, demjenigen, der dir diese barbarischen Worte übersetzt, die du nicht verstehst und die zu verstehen deiner unwürdig wäre. Bald wird deine Neugierde befriedigt sein. Möglich, sagte der Kalif, aber inzwischen werde ich von einer Menge von Halbgelehrten und Schwätzern gelangweilt werden, die es versuchen wollen, sowohl um sich gelehrt reden zu hören, als um die Belohnung zu bekommen. Nach einigem Nachdenken fügte er hinzu, »Ich will dieses Missliche vermeiden. Ich werde alle sterben lassen, die mich nicht zufriedenstellen, denn dank dem Himmel habe ich genug Verstand, um zu unterscheiden, ob man übersetzt oder ob man erfindet.« »Daran zweifle ich nicht,« sagte Karatis. »Aber die es nicht wissen, sterben lassen, ist eine etwas strenge Strafe, die gefährliche Folgen haben kann. Begnüge dich damit, ihnen den Bart abbrennen zu lassen. Die Bärte sind in einem Staatswesen nicht so wichtig wie die Menschen.« Der Kalif unterwarf sich wieder dem Rate seiner Mutter und ließ seinen ersten Visier rufen. »Morakanabad«, sprach er zu ihm, »laßt durch einen öffentlichen Ausrufer in ganz Samara und in allen Städten meines Reiches verkünden, dass derjenige, der die scheinbar unentzifferbaren Schriftzeichen entziffert, Beweise meiner auf der ganzen Welt bekannten Freigebigkeit erhalten wird, daß man aber dem, dem es nicht gelinge, den Bart gänzlich abbrennen würde, daß man ferner verkünde, daß ich fünfzig schöne Sklavinnen und fünfzig Kisten mit Aprikosen von der Insel Kirmit demjenigen geben werde, der mir Nachricht über diesen fremden Menschen bringt, den ich wiedersehen will.« Die Untertanen des Kalifen liebten nach dem Beispiele ihres Herrn die Frauen und die Kisten mit Aprikosen von der Insel Kirmit sehr. Diese Versprechungen ließen ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen, aber es half ihnen nichts, denn niemand wußte, was aus dem Fremden geworden war. Mit dem anderen Verlangen des Kalifen war es schon anders. Die Gelehrten, Halbgelehrten und alle jene, die weder das eine noch das andere waren, die aber glaubten, mehr als beides zu sein, wagten mutig ihren Bart und alle verloren ihn schändlich. Die Eunuchen hatten nichts anderes mehr zu tun als Bärte absängen und das gab ihnen einen Brandgeruch, den die Frauen im Harem so unangenehm fanden, dass man diese Beschäftigung anderen übertragen mußte. Endlich meldete sich eines Tages ein Greis, dessen Bart um anderthalb Armlängen alle jene übertraf, die man bis jetzt gesehen hatte. Die Palastoffiziere, die ihn einführten, sagten untereinander, ich schade, wie sehr schade um diesen schönen Bart. Der Kalif dachte dasselbe, aber es machte ihm keinen Kummer. Der würdige Greis las ohne große Mühe die Zeichen und erklärte sie Wort für Wort auf folgende Weise. Wir sind da gemacht worden, wo man alles gut macht. Wir sind die kleinsten Wunder eines Reiches, in dem alles wunderbar und des größten Fürsten der Welt würdig ist. Oh, das hast du sehr gut übersetzt, rief Vartek. Ich kenne den, den diese Worte bezeichnen. Man gebe diesem Greis ebenso viele Ehrenkleider und ebenso viel tausend Zechinen, als er Worte gesprochen hat. Er nahm mir einen Teil der Wolken, die mein Herz einhüllten. Nach diesen Worten lud ihn Vartek ein, mit ihm zu speisen, ja, sogar einige Tage bei ihm im Palast zu verweilen. Am nächsten Tag ließ ihn der Kalif rufen und sagte zu ihm, Lies mir noch einmal, was du mir gelesen hast. Ich kann nicht oft genug die Worte hören, die mir das Glück zu verheißen scheinen, nachdem ich mich sehne. Alsbald setzte der Alte seine grüne Brille auf. Aber sie fiel ihm von der Nase herunter, als er bemerkte, dass sich die Worte seit dem anderen Abend verändert hatten. Was hast du? fragte Vartek. Was bedeutet ein Erstaunen? Herrscher der Welt, die Zeichen auf diesen Säbeln sind nicht mehr dieselben. Was sagst du? rief Vartek. Aber einerlei. Wenn du kannst, so erkläre mir ihre Bedeutung. Hier ist sie her, sagte der Greis. Unglück über den Verwegenen, der zu Wissen trachtet, was ihm verborgen bleiben soll und das wagen will, was über seine Macht geht. Unglück über dich selbst, schrie der Kalif ganz außer sich. Geh mir aus den Augen! Man wird dir nur die Hälfte deines Bartes abbrennen, weil du gestern gut geraten hast. Was meine Geschenke anbelangt, so nehme ich niemals zurück, was ich einmal gegeben habe. Der Greis war klug genug einzusehen, daß er noch gut weggekommen war mit der Dummheit, die er damit begangen hatte, seinem Herrn eine unangenehme Wahrheit zu sagen. Er ging und erschien nie wieder. Vartek bereute aber bald seine Voreiligkeit. Da er nicht aufhörte, die Schriftzeichen zu studieren, merkte er wohl, daß sie jeden Tag sich veränderten und niemand fand sich, sie zu entziffern. Da entzündete die Unruhe solchen Tuns sein Blut, verursachte ihm Schwindel und Ohnmachtsgefühle und machte ihn so schwach, daß er sich kaum aufrecht halten konnte. In diesem Zustande ließ er sich immer auf den Turm tragen und hoffte, aus den Sternen etwas Angenehmes zu lesen. Aber er täuschte sich in dieser Hoffnung. Seine Augen waren trübe vom Kummer seines Denkens und dienten ihm schlecht. Er sah nichts als eine schwarze und dicke Wolke, ein Zeichen, das ihm sehr verhängnisvoll vorkam. Von solchen Leiden zerwühlt verlor der Kalif den Mut vollständig. Er bekam das Fieber, verlor den Appetit und statt der größte Esser der Welt zu bleiben, wurde er ihr größter Trinker. Ein übernatürlicher Durst verzehrte ihn und sein Mund war offen wie eine Tonne und immer bereit, Tag und Nacht Ströme von Getränken aufzunehmen. Als dann dieser unglückliche Fürst kein Vergnügen mehr genießen konnte, ließ er die fünf Paläste der Sinne schließen, zeigte sich nicht mehr öffentlich, ließ keine Pracht mehr entfalten, sprach dem Volk kein Recht mehr und zog sich in das Innere des Serai zurück. Er war immer ein guter Gatter gewesen und so waren seine Frauen untröstlich über seinen Zustand und wurden nicht müde, Gelöbnisse für seine Gesundheit zu machen und ihm zu trinken zu geben. Die Prinzessin Karatis empfand den tiefsten Kummer. Jeden Abend schloss sie sich mit dem Visier Murakanabad ein, um mit ihm nach Mitteln zu suchen, den armen Kranken zu heilen oder ihm wenigstens Linderung zu schaffen. Sie waren überzeugt, dass es sich um eine Verzauberung handele. Sie lasen gemeinsam alle magischen Bücher durch und ließen überall nach dem schrecklichen Fremden suchen, den sie als den Urheber der Verzauberung beschuldigten. Einige Meilen von Samara entfernt war ein hoher Berg, ganz bedeckt mit Thymian und Quendel. Eine entzückende Weide krönte den Gipfel. Man hätte sie für das Paradies halten können, das den gläubigen Muselmanen bestimmt ist. Hundert wohlriechende Gebüschel waren da und ebenso viel Orangenhaine und Zedern und Zitronenbäume botenvereint mit Palmen, Weinreben und Granatbäumen alles, Geschmack und Geruch gleicherweise zu befriedigen. Der Boden war mit Pfeilchen übersät. Ganze Büschel Nelken und Hyazinthen parfümierten die Luft mit ihren süßen Düften. Vier klare, tiefe Quellen, so stark, dass sie zehn Armeen hätten tränken können, schienen an diesem Orte nur zu fließen, auf das erfülligtem Garten Eden mit den heiligen Flüssen gleiche. An ihren grünen Ufern sang die Nachtigall die Geburt der Rose, ihrer viel Geliebten, und beweinte die kurze Dauer ihrer Reize. Die Turteltaube beklagte den Verlust substanziellerer Vergnügen, während die Lerche mit ihrem Gesang das Licht begrüßte, das die Erde belebt. Nirgends mehr als an diesem Ort drückte der Gesang der Vögel die verschiedenartigen Leidenschaften aus. Die köstlichen Früchte, an denen sie nach Belieben naschen konnten, schienen ihnen doppelte Kraft zu geben. Man trug Vatek manchmal auf diesen Berg, damit er die reine Luft atmen und nach Herzenslust von den vier Quellen trinken könne. Seine Mutter, seine Frauen und ein paar Eunuchen waren die einzigen Begleiter. Jedes beeilte sich, große bergkristallene Schalen zu füllen und ihm zu reichen. Aber ihr Eifer entsprach seiner Gier nicht. Oft legte er sich auf die Erde, um das Wasser zu schlürfen, von dem er nie genug haben konnte. Eines Tages, als der bedauernswerte Fürst lange in einer so erniedrigenden Stellung getrunken hatte, ließ sich eine raue, aber feste Stimme vernehmen, die ihn also ansprach. »Warum trinkst du wie ein Hund, oh Kalif, der du so stolz bist auf deine Würde und Macht?« Bei diesen Worten hob Vartek sein Haupt und sah den Fremden, die Ursache all seiner Leiden. Dieser Anblick erregte ihn, der Zorn packte sein Herz und er schrie, »Und du, verfluchter Giau, was tust du hier? Bist du noch nicht zufrieden damit, einen Gelenken und gesunden Fürsten, einem Schlauche gleich gemacht zu haben, wie ihn die Beduinen der Wüste ihre Kamele tragen lassen? Siehst du nicht, dass ich daran sterbe, zu viel getrunken zu haben, ebenso wie aus unstillbarem Durst?« »Trinke doch noch diesen Schluck,« sprach der Fremde und reichte ihm ein Fläschchen, das eine rote Flüssigkeit füllte, »und wisse, auf das der Durst deiner Seele gelöscht werde, nach dem deines Leibes, dass ich ein Inder bin, aber aus einer Gegend, die niemand kennt.« »Eine Gegend, die niemand kennt.« Diese Worte wirkten wie eine Erleuchtung auf den Kalifen. Das war die Erfüllung eines seiner Wünsche, und indem er sich mit der Hoffnung schmeichelte, dass sie ihm jetzt alle befriedigt würden, nahm er das magische Fläschchen und lehrte es ohne Zögern. Auf der Stelle war er gesund. Der Durst hörte auf, und sein Körper wurde frischer denn je. Da war seine Freude ohne Grenzen. Er sprang dem schrecklichen Inder an den Hals und küßte das offenstehende und triefende Maul mit einer Inbrunst, als küßte er die korallen Lippen einer seiner schönsten Frauen. Das hätte kein Ende genommen, wenn nicht die Worte der Karatis seine Ruhe wiederhergestellt hätten. Sie sagte ihrem Sohne, er müsse wieder nach Samara zurückkehren, und er ließ einen Herold vorangehen, der mit lauter Stimme ausrief, der wundervolle Fremde ist wieder erschienen, er hat den Kalifen gesund gemacht, er hat gesprochen, er hat gesprochen. Also gleich kamen alle Einwohner dieser weitläufigen Stadt aus ihren Häusern. Groß und klein lief, um Vatek und den Inder vorbeigehen zu sehen. Sie wurden nicht müde, immervor zu rufen, er hat unseren Herrscher gerettet, er hat gesprochen, er hat gesprochen. Es wurde das Wort des Tages, und man vergaß es nicht während der öffentlichen Feste, die man als Zeichen der Freude am selben Abende noch feierte. Und die Dichter besangen diesen schönen Gegenstand in Versen, deren Refrain stets war er hat gesprochen. Nun ließ der Kalif den Palast der Fünf Sinne wieder öffnen, und da er vor allem den des Geschmackes besuchen wollte, ließ er da ein großes Freudenmal anrichten, wozu die Favoriten und alle großen Ämter geladen wurden. Der Inder wurde neben den Kalifen gesetzt und tat so, als glaube er, um diese Ehre zu verdienen, nicht genug essen und trinken und sprechen zu können. Die Gerichte verschwanden ebenso schnell vom Tische, wie sie aufgetragen wurden. Jedermann blickte erstaunt. Der Inder aber tat, als ob er nichts merkte und trank ungeheure Massen auf die Gesundheit eines jeden, sang in einem fort, erzählte Geschichten, über die er aus vollem Halse lachte und machte Witze, über die man gelacht hätte, wenn er sie nicht mit so entsetzlichen Grimassen begleitet hätte. Während der ganzen Mahlzeit hörte er nicht auf, zu schwätzen wie hundert Astrologen und für dreihundert Packträger zu essen und entsprechend zu trinken. Ob schon man zweiunddreißig und dreißig Gedäcke aufgetragen hatte, litt der Kalif unter dem Heißhunger seines Nachbarn. Seine Gegenwart wurde ihm unausstehlich und er vermochte es kaum, seine schlechte Laune und seine Unruhe zu verbergen. Endlich fand er eine Gelegenheit, dem Chef seiner Eunuchen ins Ohr zu flüstern. Du siehst, Baba Baluk, wie dieser Mensch alles im Großen betreibt. Was täte der, wenn er an meine Frauen käme? Geh, verdoppele die Wachen und besonders gib Acht auf meine Zierkassinnen, die ihm mehr als alle anderen gefallen würden. Der Morgenvogel hatte dreimal sein Lied gesungen, als die Stunde des Diva anläutete. Vatek hatte versprochen, in eigener Person zu erscheinen. Er steht vom Tisch auf und stützt sich auf den Arm seines Visiers, mehr vom Lärm seines lauten Gastes betäubt, als vom Wein, den er getrunken hat. Der arme Fürst konnte kaum auf den Füßen stehen. Die Visiere, die Beamten der Krone und des Gesetzes stellten sich im Halbkreis um ihren Herrscher auf und hielten ein respektvolles Schweigen, während der Inder, kaltblütig, als ob er gefastet hätte, sich ohne Umstände auf eine Stufe des Thrones setzte und heimlich über den Ärger lachte, den seine Kühnheit bei allen Zuschauern hervorrief. Der Kalif aber, dem der Kopf ganz benommen war, tat die verkehrtesten Rechtssprüche. Sein erster Visier bemerkte das und um die Ehre seines Herrn zu retten und die Audienz abzubrechen, sagte er ihm leise, Hoheit, die Prinzessin Karathis brachte die ganze Nacht damit zu, die Sterne zu befragen. Sie lässt euch sagen, dass ihr von einer unmittelbaren Gefahr bedroht seid. Gebt Acht, dass nicht dieser Fremde, dem ihr einige magische Spielereien mit so viel Hochachtung bezahlt, euch nach eurem Leben trachtet. Sein Trank scheint euch gesund gemacht zu haben. Er ist vielleicht nur ein Gift, dessen Wirkung auf einmal kommt. Weiß diesen Verdacht nicht von euch, fragt ihn wenigstens, woraus die Flüssigkeit bestanden hat, woher er sie nahm und sprecht von den Säbeln, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Durch die Unverschämtheiten des Inders aufs Äußerste gebracht, antwortete Vatek durch ein zustimmendes Nicken und wandte sich an das Ungeheuer. Steh auf, sprach er zu ihm, und erkläre vor dem ganzen Divan, aus welchen Drogen die Flüssigkeit bestand, die du mir gabst, und erkläre vor allem das Geheimnis der Säbel, die du mir verkauft hast, und erkenne daran die Güte, die ich dir erwiesen habe. Der Kalif schwieg nach diesen Worten, die er so ruhig gesprochen hatte, wie es ihm möglich war. Der Inder aber verließ seinen Platz nicht und fing von neuem sein Gelächter an und seine entsetzlichen Grimassen. Da konnte Vatek sich nicht mehr halten. Mit einem Fußtritt stößt er ihn von den Stufen herunter, stürzt ihn nach und schlägt ihn mit einer Heftigkeit, dass der ganze Divan davon erregt, dasselbe beginnt. Alle Füße sind in der Luft, man gab dem Monstrum keinen Tritt, dessen Wucht zu verdoppeln, man nicht also gleich Lust bekam. Der Inder hatte leichtes Spiel. Da er kurz und dick war, ballte er sich wie eine Kugel zusammen und rollte unter die Füße seiner Angreifer, die ihm mit seltsamem Eifer folgten. So rollte er von Gemach zu Gemach, von Zimmer zu Zimmer und die Kugel zog alles mit sich, was ihr begegnete. Der ganze Palast war in Verwirrung und dröhnte von entsetzlichstem Lärm. Die erschreckten Sultanas schauten durch ihre Portieren und sobald die Kugel erschien, konnten sie sich nicht halten. Umsonst zwickten sie die Eunuchen bis aufs Blut, sie entrissen sich ihren Händen und diese getreuen Wächter selber, die fast tot vor Schrecken waren, konnten sich nicht enthalten, dem Weg dieser fatalen Kugel zu folgen. Nachdem er so alle Säle, Zimmer, Küchen, Gärten und Stallungen des Palastes durchrollt hatte, nahm der Inder den Weg nach den Höfen. Der Kalif war am eifrigsten hinter ihm her, war ganz nahe bei ihm und trat ihn so viel er konnte. Dieser Eifer war Ursache, dass er selber einige Puffe bekam, die der Kugel zugedacht waren. Karatis, Murakanabad und zwei oder drei andere alte Visiere, deren Einsicht bis jetzt der allgemeinen Aufregung widerstanden hatte, wollten nicht, dass der Kalif ein solch öffentliches Schauspiel gebe und warfen sich vor seine Füße, um ihn aufzuhalten. Er aber sprang über ihre Köpfe hinweg und setzte das Rennen fort. Nun gaben sie den Muezzins Befehl, das Volk zum Gebet zu rufen, dass es den Kalifen von seinem Weg abbringe. Alles war umsonst. Es genügte schon, diese höllische Kugel zu sehen, um sofort von ihr angezogen zu werden. Selbst die Muezzins, die sie doch nur von Weitem sahen, stiegen von ihren Minaretten herunter und eilten unter die Menge. Diese schwoll dermaßen an, dass in den Häusern von Samara nur noch die Lahmen, die Krüppel, die Sterbenden und die Säuglinge zurückblieben, deren Mütter und Ammen sie weggelegt hatten, um rascher laufen zu können. Selbst Karatis, Murakanabad und die Anderen hatten sie schließlich auch auf den Weg gemacht. Das Geschrei der Frauen, die ihren Sereis entwischt waren, das Kreischen der Eurnuchen, die sich bemühten, die Frauen nicht aus dem Auge zu verlieren, das Fluchen der Ehemänner, die im Laufen sich gegenseitig bedrohten, die Fußtritte, die man gab und bekam, das Fallen, Stolpern, Stürzen, all das machte, dass Samara aussah wie eine eroberte und der Plünderung preisgegebene Stadt. Nachdem der verfluchte Inder unter der Form dieser Kugel die Straßen und die öffentlichen Plätze durchlaufen hatte, verließ er die leere Stadt, nahm den Weg nach der Ebene von Katul und rollte in ein Tal am Fuß des Berges der vier Quellen. An der einen Seite dieses Tales war ein hoher Hügel, auf der anderen war ein bergtiefer Abgrund, in dem Wasserfälle tobten. Der Kalif und die Menge fürchtete, dass die Kugel sich da hinabstürzen würde und so verdoppelten sie die Anstrengung, sie zu fangen, aber es war umsonst. Die Kugel rollte in den Abgrund und verschwand wie ein Blitz. Vatek hätte sich ohne Zweifel dem listigen Giaur nachgestürzt, wäre er nicht wie von einer unsichtbaren Hand zurückgehalten worden. Auch die Menge blieb stehen und alles wurde auf einmal ruhig. Man sah sich gegenseitig erstaunt an. Trotzdem das Ganze lächerlich genug war, so lachte doch niemand. Jeder ging mit gesenkten Blicken, verwirrt und schweigsam den Weg nach Samara zurück und versteckte sich in seinem Hause, ohne zu bedenken, dass eine unwiderstehliche Macht allein an dem Närrischen schuld war, dass man sich vorwarf. Denn es ist wahr, dass die Menschen, die sich des Guten rühmen, das sie tun und wo sie doch nur Werkzeug sind, sich auch Schuld an den Torheiten geben, die sie nicht vermeiden konnten. Der Kalif allein wollte das Tal nicht verlassen. Er befahl, dass man da seine Zelte aufschlage und was auch Karathis und Morakanabat sagen wollten, er blieb an seinem Platze am Rande der Schlucht. Man stellte ihm vor, dass an dieser Stelle die Erde abrutschen könnte und dass er dem Zauberer zu nahe wäre. Es kümmerte ihn nicht. Nachdem er befohlen hatte, dass man tausend Fackeln anzünde und in Brand halte, legte er sich an den Rand des Abgrundes und versuchte, bei dem künstlichen Schein durch die Finsternis zu sehen, die zu erhellen alle Feuer des ganzen Reiches nicht vermocht hätten. Einmal glaubte er, Stimmen zu hören, die von unten herauf kamen, dann meinte er wieder, den Inder zu hören, aber es war nur das Gurgeln des Wassers und der Lärm der Felle, die mächtig über die Felsen stürzten. So verbrachte Vatek die Nacht über den Abgrund gebrückt. Sobald der Tag zu grauen begann, zog er sich in sein Zelt zurück und schlief da ein, ohne gegessen zu haben, und wachte erst wieder auf, als die Dunkelheit sich über den Horizont breitete. Dann legte er sich wieder über den Abgrund wie am Abend zuvor und tat es so durch viele Nächte. Man sah ihn mit großen Schritten hin und her gehen und mit wütenden Augen nach den Sternen sehen, als ob er ihnen Betrug vorwürfe. Plötzlich überzog sich der Azur des Himmels vom Tale bis über Samara hinaus mit langen Streifen Blutes. Diese grausige Erscheinung schien den großen Turm zu berühren. Der Kalif wollte hinaufsteigen, aber seine Kräfte verließen ihn und voll Schreck bedeckte er sein Haupt mit einem Zipfel seines Kleides. All dieses grausige Geschehen erschreckte ihn aber nur für den Augenblick und erregte seine Neugier nur noch mehr. Und so bestand er darauf, da zu bleiben, wo der Inder verschwunden war. Als er eines Nachts wieder seinen einsamen Spaziergang unter freiem Himmel machte, verschwanden plötzlich der Mond und alle Sterne. Schwarze Nebel folgten dem Lichte und er hörte aus der erbebenden Erde herauf die Stimme des Giau, die stärker als der Donner brüllte. Willst du dich mir ergeben, die irdischen Kräfte anbeten und Mahomet verleugnen? Tust du das, so werde ich dir den Palast des unterirdischen Feuers öffnen. Hier wirst du in ungeheuren Gewölben die Schätze sehen, welche dir die Sterne versprochen haben. Von daher habe ich meine Säbel und da ist es, wo Suleiman ruht, der Sohn des Daud, von den Talismanern umgeben, welche die Welt beherrschen. Der Kalif antwortete bebend, aber doch mit der Stimme eines Menschen, der sich an übernatürliche Abenteuer gewöhnt hat. Wo bist du? Erscheine meinen Augen. Zerstreue diese Finsternisse, deren ich müde bin. Nachdem ich so viele Fackeln verbrannt habe, um dich zu finden, so ist es wohl das Mindeste, dass du mir dein entsetzliches Gesicht zeigst. Verleugne Mahomet, wiederholte der Inder. Gib mir Proben deiner Aufrichtigkeit, oder du wirst mich niemals sehen. Der unglückliche Kalif versprach alles. Sofort klärte sich der Himmel auf und beim Glanz der Planeten, die in Flammen schienen, sah Vatek die Erde offen. Auf ihrem Grunde erschien ein Tor aus Ebenholz und davor lag der Inder und hielt in der Hand einen goldenen Schlüssel, mit dem er gegen das Schloss schlug. Ach, rief Vatek, wie kann ich zu dir kommen, ohne mir den Hals zu brechen? Komm und hole mich und mach mir schnell dein Tor auf. Ganz schön, antwortete der Inder. Aber du musst wissen, dass ich sehr viel Durst habe und dass ich nicht öffnen kann, bevor ich ihn nicht gelöscht habe. Ich brauche das Blut von fünfzig Kindern. Nimm sie unter denen deiner Visiere und der Großen deines Hofes. Weder mein Durst noch deine Neugierde werden anders befriedigt sein. Du kehrst denn nach Samara zurück und bringst mir, was ich wünsche. Wirf es selbst in diesen Abgrund und dann wirst du sehen. Nach diesen Worten drehte der Inder dem Kalifen den Rücken und der von Dämonen gehetzte Vatek beschloss, das gräuliche Opfer zu bringen. Er stellte sich nun, als ob die Ruhe wieder über ihn gekommen wäre und kehrte unter den Zurufen des Volkes, das ihn immer noch liebte, nach Samara zurück. So gut verbarg er seine Verwirrung, dass selbst Karatis und Morakanabad getäuscht wurden, wie die anderen. Man sprach von nichts als von Festen und Vergnügungen. Man besprach sogar die Geschichte von der Kugel, über die man bisher nicht zu reden sich getraut hatte. Überall lachte man darüber. Aber nicht jeder hatte Ursache, darüber zu lachen. Manche waren noch in den Händen der Chirurgen infolge der Verwundungen, die sie bei diesem denkwürdigen Abenteuer davongetragen hatten. Vatek war guter Laune, daß man die Sache von dieser Seite nahm, weil er fand, daß ihm das zu seinen schrecklichen Absichten helfe. Gegen jedermann war er voll herablassender Güte, besonders aber gegen die Visiere und die Großen des Hofes. Den nächsten Tag lud er sie zu einem prunkvollen Feste ein. Nach und nach brachte er das Gespräch auf die Kinder und fragte wohlwollend, wer von ihnen wohl die schönsten Knaben hätte. Sofort beeilte sich jeder Vater, die Seinen über die jedes Anderen zu loben. Der Streit begann, und man wäre handgreiflich geworden, wäre nicht die Gegenwart des Kalifen gewesen, der erklärte, er wolle sich selber durch den Augenschein überzeugen. Bald darauf sah man eine ganze Schar dieser armen Kinder daherkommen. Der Mütter Zärtlichkeit hatte ihnen alles angezogen, was ihre Schönheit vermehren konnte. Während diese liebliche Schar alle Herzen und Augen auf sich zog, prüfte sie Vatek mit böser Gier und wählte fünfzig, um sie dem Giau zu opfern. Dann schlug er mit väterlichem Wesen vor, seinen kleinen Lieblingen ein Fest auf der Ebene zu geben. Sie sollten, sagte er, mehr als alle anderen sich über seine zurückgekehrte Gesundheit freuen. Die Güte des Kalifen entzückte alle. Bald wußte ganz Samara davon. Man richtete Sänften, Kamele, Pferde. Frauen, Kinder, Greise, junge Leute, alles setzte sich in Bewegung und alle Zuckerbäcker der Stadt und der Vorstätte folgten. Das Volk strömte in Wagen und zu Fuß nach, alles in voller Freude. Niemand dachte mehr daran, was es manchen gekostet hatte, als er das letzte Mal diesen Weg machte. Der Abend war schön, die Luft frisch, der Himmel rein. Die Blumen strömten ihren Duft. Die ruhige Natur schien sich der untergehenden Sonne zu freuen. Ihr süßes Licht vergoldete den Gipfel des Berges der vier Quellen, sie beglänzte die Gehänge und machte die springenden Herden voll Farbe. Man hörte nur das Murmeln der Quellen, den Klang der Schalmein und die Stimme der Hirten, die sich einander über die Hügel zuriefen. Die unglücklichen Opfer, die im nächsten Augenblick vernichtet werden sollten, vollendeten das rührende Bild. Voller Unschuld und im Gefühl der Sicherheit zogen die Kinder auf die Ebene hüpfend und lachend. Das eine haschte nach Schmetterlingen, ein anderes pflückte Blumen oder hob funkelnde Steinchen auf. Einige blieben ein bisschen zurück, um die Freude des Einholens zu haben, um der tausend Küsse, die sie einander dann gaben. Schon nahm man in der Ferne den entsetzlichen Abgrund wahr, in dessen Tiefe das Ebenholztor war. Wie eine schwarze Furche schnitt er die Ebene mitten auseinander. Murakanabad und seine Genossen glaubten an einen der vielen bizarren Einfälle des Kalifen, die Unglücklichen. Sie wußten nicht, wozu sie bestimmt waren. Vatek, der nicht wollte, dass man den schlimmen Ort zu nahe sähe, gebot Halt und ließ ein großes Rund bilden. Die Garde der Eunuchen tritt vor, um die Rennbahn für das Wettlaufen zu bestimmen und um die Ringe zu richten, durch die man die Pfeile schießen sollte. Die 50 Knaben ziehen sich eilig aus, man bewundert ihre Zartheit und die schönen Linien ihrer feinen Körper. Ihre Augen glänzen vor Freude, die aus den Augen der Eltern zurückstrahlt. Jeder hat Wünsche für den kleinen Kämpfer, der ihn am meisten interessiert und alles ist gespannt auf das Spiel der unschuldigen Kleinen. Diesen Augenblick benutzte der Kalif, um sich von der Menge zu entfernen. Er ging an den Abgrund und hörte nicht ohne Zittern den Inder, der herauffragte, »Wo sind sie? Wo sind sie?« »Unerbittlicher Gjar«, sprach Wartek ganz verstört. »Gibt es kein anderes Mittel, dich zu befriedigen, als dieses Opfer, das du forderst? Ah, wenn du die Schönheit dieser Knaben sehst, ihre Grazie und ihre Unschuld, du wärst gerührt.« »Die Pest über deine Rührung, Schwätzer«, rief der Inder, »gib sie mir, gib sie mir schnell, oder mein Tor schließt sich dir für immer.« »Schrei nicht so laut«, antwortete der Kalif und wurde rot. »Gut, gut«, sagte Leiser der Gjau und lachte wie ein Unhold. »Hahaha, es fehlt dir nicht an Geistesgegenwart. Ich werde noch etwas machen.« Während dieses Zwiegespräches waren die Spiele in vollem Gang gekommen und wurden erst beendet, als die Dämmerung hereinbrach. Da stellte sich der Kalif an den Rand des Loches und rief laut, »Meine fünfzig kleinen Lieblinge sollen der Reihe nach, wie sie im Spiel gesiegt haben, zu mir kommen. Dem ersten Sieger gebe ich mein Diamantenarmband, dem zweiten mein Halsband aus Maragden, dem dritten meinen Gürtel mit Topazen und jedem weiteren ein Stück meiner Kleidung, bis auf meine Schuhe.« Bei diesen Worten erhob sich die Freude von Neuem. Manlo preiste die Güte des Fürsten, der sich nackt auszöge, um seine Untertanen zu unterhalten und die Jugend zu ermuntern. Der Kalif entkleidete sich Stück für Stück, hob die Arme so hoch er konnte und ließ den Preis leuchten. Aber während er mit der einen Hand den Preis dem hastig danach langenden Kinde gab, stieß er es mit der Andern jeweils in den Abgrund, wo der Giau fortwährend grölte »Mehr! Mehr!« Dieses Entsetzliche ging so schnell vor sich, dass das heranspringende Kind nichts von dem Schicksal derer wusste, die vor ihm gelaufen waren, und die Zuschauer konnten wegen der Dunkelheit und der Entfernung nichts deutlich sehen. Als Vatek so das fünfzigste Opfer hinuntergestoßen hatte, glaubte er, dass nun der Giau kommen würde, ihn zu holen und ihm den goldenen Schlüssel zu geben. Schon sah er sich ebenso groß wie Sulaiman und frei von aller Rechenschaft für seine Tat, als zu seiner großen Überraschung der Abgrund sich schloß und er die Erde unter seinen Füßen so fest wie immer fühlte. Sein Zorn und seine Verzweiflung sind nicht zu sagen. Er verfluchte die Falschheit des Inders, er gab ihm die schrecklichsten Namen und stampfte mit den Füßen, als ob er sich ihm hörbar machen wollte. Und das trieb er so lange, bis er erschöpft und wie ohnmächtig hinfiel. Die nächststehenden Visiere und Höflinge glaubten erst, er habe sich auf den Rasen gesetzt, um mit den Kindern zu spielen, aber dann traten sie beunruhigt näher und sahen den Kalifen allein, der ihnen ganz verstört zurief. Was wollt ihr? Unsere Kinder, unsere Kinder, schrien sie. Ihr gefällt mir, antwortete er ihnen, dass ihr mich verantwortlich macht für die Zufälle des Lebens. Eure Kinder sind beim Spielen in den Abgrund gefallen, der da war und ich wäre selber hineingestürzt, hätte ich nicht einen Sprung nach rückwärts gemacht. Bei diesen Worten stießen die Väter der fünfzig Kinder ein durchdringendes Geschrei aus, das die Mütter eine Oktave höher wiederholten, während die übrige Menge, ohne zu wissen, worum es sich handle, in ein Geheul ausbrach. Bald redete man es herum. Das hat uns der Kalif angetan, um seinem verfluchten Giau zu gefallen. Bestrafen wir ihn, rächen wir uns, rächen wir das unschuldige Blut, werfen wir diesen grausamen Fürsten in den Wasserfall und sei sein Name vergessen. Karathis trat erschreckt auf Murakanabad zu. »Vesier«, sprach sie zu ihm, »du hast zwei schöne Kinder verloren, du mußt der Unglücklichste der Väter sein, aber du bist voll Tugend und wirst deinen Herrn retten. »Ich will ihn retten«, antwortete der Vesier, »ich will bei eigener Lebensgefahr versuchen, ihn aus der Gefahr zu retten und überlasse ihn dann seinem dunklen Schicksal.« »Baba Balok«, rief er, »stell dich an die Spitze deiner Eunuchen, drängen wir die Menge zurück, bringen wir, wenn es möglich ist, diesen Unglücklichen in seinem Palast.« Baba Balok und seine Leute beglückwünschten sich zum ersten Mal dazu, daß man sie außer Stand gesetzt hatte, Vater zu werden. Sie gehorchten dem Vesier, der ihnen so gut er konnte, half, und es gelang. Darauf zog er sich zurück und weinte. Sobald der Kalif heimgebracht war, ließ Karatis die Tore des Palastes schließen. Die wilde Menge aber wuchs und schrie Verwünschungen von allen Seiten, und als Karatis dies sah, sagte sie zu ihrem Sohn, »Ob du nun Recht oder Unrecht hast, daran liegt nichts, aber du mußt dein Leben retten. Gehen wir in deine innersten Gemächer, von da aus gelangen wir in den unterirdischen Gang, der nur dir und mir bekannt ist, und kommen in den Turm. Und da halten wir uns mit Hilfe der Stummen, die ihn noch nie verlassen haben. Baba Balok wird uns noch im Palast glauben und den Eingang verteidigen, um seiner selbst willen, und dann wollen wir, ohne auf diesen albernen Murakanaba zu hören, sehen, was zu tun ist. Matek antwortete mit keinem Worte auf alles das, was seine Mutter ihm sagte, und ließ sich führen, wie sie wollte. Aber im Gehen wiederholte er immer, »Wo bist du, schrecklicher Giau? Hast du die Kinder noch nicht gefressen? Wo sind deine Säbel, dein goldener Schlüssel, deine Talismanne?« Diese Worte ließen Karatis etwas von der Wahrheit ahnen. Und als ihr Sohn im Turme sich etwas beruhigt hatte, wurde es ihr nicht schwer, alles zu erfahren. Sie war weit davon, sich Kummer darüber zu machen, denn sie war so böse, wie eine Frau nur immer sein kann, und das heißt nicht wenig. Denn dieses Geschlecht will in allen Dingen das andere übertreffen, auch im Bösen. Die Erzählung des Kalifen bereitete Karatis demnach weder Überraschung noch Entsetzen. Sie war bloß über die Versprechungen des Giau erstaunt und sagte, »Man muss zugeben, dass dieser Giau ein bisschen blutdürstig ist. Aber die irdischen Mächte sind immer schrecklich, und die Versprechungen des einen und die Schätze der anderen sind wohl einige kleine Opfer wert. Kein Verbrechen soll zu kostbar sein, wenn solche Kostbarkeiten die Belohnung sind. Beklage dich deshalb nicht weiter über den Inder. Es kommt mir vor, als habest du nicht alle Bedingungen erfüllt, die er an seine Dienste geknüpft. Ich zweifle nicht daran, daß man den unterirdischen Geistern ein Opfer bringen muß, und daran müssen wir denken, sobald die Kanalie da unten beruhigt ist. Und ich will die Ruhe wiederherstellen, und deine Schatzkammern nicht schonen, da wir sie wohl bald aufs Neue viel besser noch füllen werden.« Die Prinzessin besaß eine große Überzeugungsgabe. Sie schritt durch den unterirdischen Gang wieder zurück in den Palast und zeigte sich dem Volke am Fenster und sprach zu ihm, während Bababaluk das Gold mit vollen Händen hinauswarf. Beides half. Der Aufstand war zu Ende, das Volk ging wieder nach Hause, und Karatis stieg zum Turme hinauf. Man verkündete soeben das Morgengebet, als Karatis und Vatek die unzähligen Stufen, die zur Spitze des Turmes führten, hinaufstiegen. Und war auch der Morgen traurig und regnerisch, so blieben sie doch einige Zeit oben. Die trübe Stimmung gefiel ihren bösen Herzen. Als die Sonne aber durch die Wolken brach, ließen sie ein Zelt aufschlagen, um sich gegen die Strahlen zu schützen. Der Kalif war von Müdigkeit ganz erschöpft und überließ sich in der Hoffnung auf bedeutsame Visionen dem Schlaf. Die unermüdliche Karatis aber stieg, von einigen ihrer Stummen gefolgt, die Treppen wieder hinab, um alles für das Opfer vorzubereiten, das in dieser Nacht vollzogen werden sollte. Über geheime Stufen, die nur ihr und ihrem Sohne bekannt waren, stieg sie in die mysteriösen Gewölbe hinab, in denen die Mumien der alten Pharaonen lagen, die ihren Gräbern entrissen und hierher gebracht worden waren. Sie ließ davon eine ganze Anzahl aufpacken. Von da begab sie sich in eine Galerie, wo unter der Aufsicht von fünfzig stummen Negerinnen, denen das rechte Auge fielte, das Öl von den giftigsten Schlangen verwahrt wurde. Rhinoceroshörner und Hölzer von feinem und durchdringendem Geruch, die von Zauberern im Innern Indiens geschnitten waren, all dies und vieles seltsamer noch, hatte Karatis selber gesammelt, in der Hoffnung, es eines Tages in einem Handel mit den infernalischen Mächten zu brauchen, deren Geschmack sie kannte und die sie brünstig liebte. Um sich selber an all die Gräuel zu gewöhnen, die sie da umgaben, blieb sie eine Zeit lang bei ihren Negerinnen, die in geilem Entzücken mit dem einen Auge auf die Totenköpfe und Skelette schielten, die man aus den Schränken zog, wobei sie die sonderbarsten Verrenkungen machten und voll Bewunderung für die Prinzessin wie toll in die Hände klatschten. Von dem üblen Geruch ganz erstickt, war Karatis endlich gezwungen, die Galerie zu verlassen, nachdem sie sie eines Teiles ihrer Schätze beraubt hatte. Die Visionen, die der Kalif erwartet hatte, waren nicht gekommen, wohl aber ein verzehrender Hunger. Er hatte von den Stummen zu essen verlangt, aber ganz vergessen, daß sie taub waren, und so schlug er sie und zwickte und biß nach ihnen, da sie sich nicht rührten. Zum Glück für diese armen Kreaturen kam Karatis und machte dieser unanständigen Szene ein Ende. Was ist denn mein Sohn? sagte sie ganz außer Atem. Ich glaube, das Geschrei von tausend Fledermäusen zu hören, die man aus ihrem Loch gejagt hat, und nun sind's bloß diese armen Stummen, die du misshandelst. Du verdienst wirklich nicht die vortreffliche Labung, die ich dir bringe. Gib, gib schnell, rief der Kalif. Ich sterbe vor Hunger. Da hättest du einen guten Magen, wenn du das alles verdauen könntest, was ich da habe. Heil dich doch, rief der Kalif. Aber Gott, was für Scheußlichkeiten, was willst du damit? Sei doch nicht so empfindlich, sagte Karatis. Hilf mir lieber, alles das in Ordnung bringen. Du wirst sehen, daß diese Sachen, die du jetzt wegstößt, dich glücklich machen werden. Wir wollen nun den Scheiterhaufen für das Opfer in dieser Nacht bereiten und denke nicht an Essen, bevor er fertig ist. Weißt du denn nicht, daß allen feierlichen Riten ein strenges Fasten vorangeht? Der Kalif sagte kein Wort mehr und ergab sich ganz seinem Schmerze und den Winden, die seine Gedärme zu peinigen begannen, während seine Mutter unbekümmert ihre Dinge besorgte. Bald waren die Schlangenölgefäße auf der Brustwehr des Turmes aufgestellt, die Mumien und die Knochengerippe. Der Holzstoß wuchs und in drei Stunden war er zwanzig Ellen hoch. Nun wurde es dunkel und Karatis zog ihre Gewänder aus. Sie schlug die Hände zusammen und schwenkte eine Fackel aus menschlichem Fett. Die Stummen taten wie sie, aber Vartek konnte sich, ganz ausgehungert wie er war, nicht länger aufrechterhalten und fiel ohnmächtig hin. Schon fielen die brennenden Tropfen von den Fackeln auf das trockene Zauberholz, das vergiftete Öl blitzte in tausend blauen Feuern auf, die Mumien verbrannten zu schwarzen, dichten Wolken. Da sprangen auch schon die Flammen auf die Rhinozerushörner und es verbreitete sich ein so penetranter Geruch, dass der Kalif mit einem Satze in die Höhe fuhr und ganz verwirrt auf das Brennende sah. Das flammende Öl floss in mächtigen Strömen und die Negerinnen, die unaufhörlich Neues herbeischafften, vereinigten ihr Heulen mit dem Geschrei der Karatis. Die Flammen wurden so mächtig und strahlten von dem glatten Marmor so stark wieder, dass der Kalif die Hitze und die Helle nicht länger ertragen konnte und in das kaiserliche Zelt floh. Die Einwohner von Samara waren von dem Lichte, das über der ganzen Stadt war, so erschrocken, dass sie eiligst aufstanden und auf ihre Dächer stiegen. Da sahen sie den Turm in Flammen und liefen halbnackt herbei. Die Liebe zu ihrem Herrscher erwachte wieder und da sie meinten, er würde in seinem Turme verbrennen, kamen sie gelaufen, um ihn zu retten. Auch Murakanabat kam aus seiner traurigen Einsamkeit und trocknete seine Tränen und rief »Feuer!« wie die anderen. Baba Baluk, dessen olfaktorische Nerven mehr an magische Gerüche gewöhnt waren, schloß sofort, dass Karatis da an der Arbeit war und riet, man solle ruhig bleiben. Man beschimpfte ihn als einen alten Poltron und unwürdigen Verräter und ließ die Kamele und Dromedare Wasser herbeischleppen. Wie aber in den Turm gelangen? Keiner kannte den Weg. Während man sich plagte, die Tore zu stürmen, erhob sich ein heftiger Nordostwind und trieb die Flamme weiter. Erst wich das Volk zurück, dann verdoppelte es den Eifer. Der infernalische Gestank der Hörner und Mumien verbreitete sich nach allen Seiten und verpestete die Luft und ein paar fielen halb erstickt um. Die, die stehen geblieben waren, sagten zueinander, »Gehen wir fort, wir vergiften uns!« Murakanabat fühlte sich elender als alle anderen, aber er wich nicht. Mit der einen Hand hielt er sich die Nase zu, mit der anderen machte er sich an den Toren zu schaffen. Hundert und vierzig der kräftigsten und entschlossensten kamen ans Ziel. Sie gelangten auf die Treppe und waren in einer Viertelstunde oben. Karatis, durch die Zeichen ihrer Stummen aufmerksam gemacht, ging gegen die Treppe und einige Stufen hinab und hörte Stimmen, die schrien, »Hier ist Wasser!« Da sie für ihr Alter gar nicht unbehend war, sprang sie schnell wieder auf die Plattform zurück und sagte zu ihrem Sohn, »Einen Augenblick unterbricht das Opfer. Wir werden bald etwas haben, womit wir es noch schöner machen. Ein paar Idioten haben sich da wohl eingebildet, dass der Turm brennt und haben die Verwegenheit gehabt, die Tore aufzubrechen, die bislang unzerstörbaren und kommen nun mit Wasser. Man muss zugeben, dass sie ganz nett sind, weil sie all deine Streiche vergessen haben, aber gleich viel. Lassen wir sie heraufkommen und opfern wir sie dem Kjau, »Unseren Stummen fehlt es weder an Kraft noch Erfahrung. Sie werden rasch mit den paar erschöpften Leuten fertig sein.« »Gut, gut«, antwortete der Kalif, »nur ein Ende damit und dass ich endlich die Niere.« Da kamen die guten Leute schon heran. Ganz atemlos vom schnellen Erklimmen der 11.000 Stufen und verzweifelt, dass ihre Eimer fast leer waren, waren sie kaum oben, als ihnen die Helligkeit der Flammen und der Geruch der Mumien alle Sinne benahmen. Und das war schade, denn sie sahen so das angenehme Lächeln nicht, mit dem die Stummen und die Negerinnen ihnen das Seil um den Hals legten. Aber alles war doch nicht verloren, denn diese liebenswürdigen Wesen freuten sich deshalb nicht minder über die Sache. Niemals zuvor hatte man mit geringerer Leichtigkeit erdrosselt. Jeder fiel ohne Widerstand und starb, ohne einen Laut von sich zu geben, so dass sich Vatek in kürzester Zeit von den Leichnamen seiner treuesten Untertanen umgeben sah, die man auf den Scheiterhaufen warf. Karatis, die an alles dachte, fand, dass es ihrer jetzt genug wären. Sie ließ also die Ketten aufziehen und die Stahltore schließen und verbarrikadieren. Kaum war dieser Befehl ausgeführt, als der Turm zu zittern begann. Die Leichen verschwanden und die Flammen, die gerade noch dunkelkaminrot gewesen waren, wurden schön rosarot. Ein feiner Dunst wurde höchst angenehm empfunden. Die Marmorsäulen tönten harmonisch und die verbrannten Hörner strömten einen entzückenden Duft aus. Karatis geriet in Verzückung und genoss schon im Voraus den Erfolg ihrer Beschwörung. Während die Stummen und Negerinnen, die von den guten Düften die Kolik bekamen, sich brummend in ihre Zellen zurückzogen. Sobald sie weg waren, änderte sich die Szene vollständig. Der Scheiterhaufen, die Hörner und Mumien machten einem glänzend gedeckten Tische Platz. Man sah da inmitten einer Unmasse köstlicher Gerichte Karaffen mit Wein und Gefäße aus Fakfuri, in denen ein vorzügliches Sorbet auf Schnee lag. Der Kalif warf sich wie ein Geier auf all das und verschlang ein mit Pistazien gefülltes Lamm. Aber Karatis, die ganz andere Dinge beschäftigten, zog aus einer Filigranurne ein gerolltes Pergament, dessen Ende man nicht sah und das ihr Sohn nicht bemerkt hatte. Mach schon ein Ende, viel Fraß, sagte sie befehlend, und höre auf das Köstliche, das dir hier versprochen wird. Und sie las laut das folgende. Vatek, mein Vielgeliebter, du hast meine Hoffnungen übertroffen, meine nüsternhabenden Ruch deiner Mumien eingesogen und deiner vortrefflichen Hörner und ganz besonders dieses musulmanische Blut, das du über den Scheiterhaufen gegossen. Wenn der Mond voll sein wird, gehe aus deinem Palast, umgeben von allen Zeichen deiner Macht. Lass deine Musikanten beim Klang der Flöten und Lärm der Zimbeln vor dir hergehen, und lass dir folgen deine auserwähltesten Sklaven, deine liebsten Frauen, tausend wohlgepackte Kamele und gehe die Straße nach Ishtakar. Da werde ich dich erwarten, gekrönt mit dem Diadem des Giyan ben Giyan und in allen Genüssen schwelgend werden dir die Talismane des Suleiman, die Schätze der präadamitischen Sultane ausgeliefert werden. Aber Unglück über dich, wenn du unterwegs ein Obdach nimmst. Der Kalif hatte bei all seiner gewohnten Schlemmerei doch noch niemals so gut gegessen. Also überließ er sich ganz der Freude, die ihm diese guten Nachrichten bereiteten und begann von Neuem zu trinken. Karathis hasste den Wein nicht und gab ihm Bescheid auf jeden Becher, den er ironisch auf die Gesundheit Mahomets lehrte. Dieser infernalische Wein gab ihnen vollends das gottloseste Selbstvertrauen. Sie stießen abscheuliche Blasphemien aus. Der Esel Balaam, der Hund der Siebenschläfer und die anderen Tiere, die ins Paradies des heiligen Propheten zugelassen sind, wurden Gegenstand ihrer skandalösen Scherze. In dieser Verfassung stiegen sie vergnügt die elftausend Stufen hinab und lachten über die unheilvollen Gesichter, die sie durch die Kucklöcher auf dem Platze unten sahen. Sie kamen durch den unterirdischen Gang in die königlichen Gemächer. Baba Balok spazierte da ganz ruhig auf und ab und kommandierte die Eunuchen, welche die Kerzen schnäuzten und die schönen Augen der Zirkassinnen malten. Kaum erblickte er den Kalif, als er ausrief, ha, ich sehe, daß sie nicht verbrannt sind und ich habe auch nicht daran gezweifelt. Was geht uns an, was du geglaubt oder nicht geglaubt hast? schrie ihn Karatis an. Geh und laufe zum Murakana-Bad und sage ihm, was wir entsprechen wollen und überlege dir unterwegs, wie du es anstellen sollst, deine frechen Bemerkungen zu lassen. Der Großvisier erschien unverzüglich. Vatek und seine Mutter empfingen ihn mit feierlichem Ernste und sagten ihm in bedauerndem Tone, daß das Feuer auf dem Turme gelöscht wäre, daß es aber leider das Leben der tapferen Leute gekostet habe, die zur Rettung herbeigekommen waren. Noch mehr Unglück, rief Murakana-Bad klagevoll. Ach, Befehlshaber der Gläubigen, unser heiliger Prophet ist gewiß böse auf uns. Es steht bei euch, ihn zu beruhigen. Wir werden ihn schon beruhigen, antwortete der Kalif mit einem Lächeln, das nichts Gutes versprach. Ihr werdet Ruhe genug bekommen, um euren Gebeten obzuliegen. Dieses Land verdirbt mir die Gesundheit, ich will Luft wechseln. Der Berg mit den vier Quellen langweilt mich. Ich muss aus dem Flusse Rocknabat trinken und mich in den schönen Tälern erfrischen, die er benetzt. Während meiner Abwesenheit werdet ihr meine Staaten regieren nach den Ratschlägen meiner Mutter und ihr werdet Sorge tragen, ihr alles zu liefern, was sie für ihre Experimente braucht. Denn ihr wisst ganz gut, daß unser Turm voll ist von für die Förderung der Wissenschaften sehr kostbaren Dingen. Der Turm war gar nicht nach Morakanabats Geschmack, denn seine Erbauung hatte Schätze gekostet und er hatte gesehen, daß nur stumme Negerinnen und böse Drogen hineingebracht worden waren. Er wußte auch schon nicht mehr, was er von Karatis halten sollte, die wie ein Chamäleon alle Farben annehmen konnte. Ihre verfluchte Beretsamkeit hatte den armen Muselmann schon oft zur Verzweiflung gebracht. Aber wenn sie schon nicht viel taugte, so war ihr Sohn noch viel schlimmer und so freute es ihn, daß er ihn für eine Zeit los sein sollte. Also ging er hin und beruhigte er das Volk und bereitete alles für die Abreise seines Herrn vor. Um den Geistern des unterirdischen Palastes noch mehr zu gefallen, wollte Vartek, daß seine Reise von unerhörter Pracht sein solle. Zu diesem Zwecke konfiszierte er rechts und links die Güter seiner Untertanen, während seine würdige Mutter, die Harems besuchte und sie ihrer kostbarsten Gemmen beraubte. Alle Schneiderinnen und Stickerinnen von Samara und der anderen großen Städte 50 Meilen in der Runde arbeiteten ohne Unterlass an den Palankinen, Sofas, Zelten, Kanapés und Sänften für den Zug des Monarchen. Man nahm alle schönen Stoffe aus Masulipotan und man verbrauchte so viel Musselin, um Baba Baluk und die anderen schwarzen Eunuchen hübsch zu machen, dass keine Elle davon im ganzen babylonischen Irak zurückblieb. Während dieser Vorbereitungen gab Karathis, die ihr großes Ziel nie aus dem Auge verlor, kleine Soupets, um sich den finsteren Mächten angenehm zu machen. Die durch ihre Schönheit berühmtesten Frauen waren dazu eingeladen. Sie suchte immer die zartesten und weitesten aus. Es gab nichts Eleganteres als diese Soupets. Aber wenn die Fröhlichkeit allgemein wurde, ließen die Eunuchen unter dem Tische wiepernlos und leerten ganze Töpfe mit Skorpionen. Man kann sich denken, dass all das Zeug wunderbar zu biß. Karathis tat, als ob sie gar nichts davon bemerkte und niemand wagte sich zu rühren. Wenn sie sah, dass ihre Gäste den Geist aufgaben, amüsierte sie sich damit, die Wunden mit einem vorzüglichen Teriak ihrer eigenen Erfindung zu verbinden, denn diese gute Prinzessin verabscheute jede Untätigkeit. Matek war nicht so rührig wie seine Mutter. Er schlug sich auf die Seite der Sinne und verbrachte seine Zeit in dem Palast, der ihnen geweiht war. Man sah ihn weder im Divan noch in der Moschee. Und während die eine Hälfte von Samara seinem Beispiel folgte, stöhnte die andere Hälfte unter den Fortschritten dieser Verderbnis. Mitten in diese Ereignisse kam die Gesandtschaft aus Mekka zurück, die man zu frömmeren Zeiten dahin geschickt hatte. Sie bestand aus den allerältesten Mullahs. Ihre Mission hatten sie sehr gut erledigt und brachten einen dieser kostbaren Besen mit, die das heilige Kaaba geehrt hatten. Es war ein Geschenk des größten Fürsten der Erde durchaus würdig. Der Kalif befand sich gerade an einem wenig zum Empfang einer Gesandtschaft geeigneten Ort. Er vernahm die Stimme Baba Baluks, die vor den Portieren rief, »Hier ist der vortreffliche Eben Idris al-Sharfai und der seraphische Muhattedin, die den Besen von Mekka bringen und mit Freudentränen danach verlangen, ihn ihrer Majestät persönlich zu überreichen.« »Man bringe mir diesen Besen hierher«, sagte Wartek, »er kann hier vielleicht nützlich sein.« »Wie?« fragte Baba Baluk etwas erschrocken. »Gehorche«, rief der Kalif, »denn es ist mein höchster Wille, hier und nirgendwo anders will ich diese guten Leute empfangen, die dich in Freude versetzen.« Der Eunuch zog brummend ab und bat die ehrwürdigen Herren, ihm zu folgen. Eine heilige Verzückung ergriff diese respektablen Greise, und ob schon sie müde von ihrer langen Reise waren, folgten sie Baba Baluk doch mit einer Lebhaftigkeit, die ans Wunder grenzte. Sie schlurften durch die kaiserlichen Säulengänge und fanden es sehr schmeichelhaft, daß der Kalif sie nicht wie gewöhnliche Leute im Audienzsaal empfing. Bald gelangten sie in das Innere des Sirai, wo sie hinter reichen Seidenteppichen große, schöne, blaue und schwarze Augen zu erblicken glaubten, die wie Blitze kamen und gingen. Von Respekt und Staunen ganz durchdrungen und voll von ihrer heiligen Mission schritten sie in Prozession auf einen kleinen Korridor zu, der nicht zu enden schien und sie zu dieser kleinen Zelle führte, wo sie der Kalif erwartete. Sollte der Herrscher der Gläubigen krank sein, sagte ganz leise eben Idris al-Shafai zu seinen Genossen. Er ist ohne Zweifel in seinem Betgemach, erwiderte al-Muhateddin. Vatek, der dieses Zwiegespräch gehört hatte, schrie sie an, Was kümmert es euch, wo ich bin? Kommt nur herbei! Dann streckte er die Hand durch die Portiere und verlangte den heiligen Besen. Jeder warf sich respektvoll und so gut es die Enge des Korridors erlaubte zur Erde und es gelang dabei sogar ein ganz hübscher Halbkreis. Der Ehrenwerte eben Idris al-Shafai zog den Besen aus den parfümierten und gestickten Leinen, die ihn dem Auge der Profanen verbergen sollten, löste sich von seinen Genossen und schritt würdig auf das vermeintliche Betgemach zu. Aber welches Erstaunen und Entsetzen erfasste ihn da, Vatek riß ihm den Besen aus der zitternden Hand und kehrte mit einem mokanten Lachen einige Spinnweben von der Decke herunter, bis keine einzige übrig war. Die bestürzten Greise wagten es nicht, ihre Bärte von der Erde zu heben. Sie sahen alles, denn Vatek hatte höchst unbekümmert die Vorhänge zurückgezogen, die sie von ihm trennten. Ihre Tränen machten den Marmor nass. Al-Muhateldin war ohnmächtig geworden vor Schrecken und Müdigkeit, während der Kalif sich zurücklehnte, lachte und ohne Erbarmen in die Hände klatschte. »Mein lieber Schwarzer«, sagte er hierauf zu Babaluk, »geh und regaliere diese braven Leute mit meinem guten Wein von Shiraz. Weil sie sich rühmen können, meinen Palast besser zu kennen als irgendeiner, so kann man ihnen nicht genug Ehre erweisen.« Mit diesen Worten warf er ihm den Besen an die Nase und machte sich auf, mit Karatis zu lachen. Bababaluk tat sein Möglichstes, die Greise zu trösten, aber die zwei allerschwächsten starben auf dem Platze. Die anderen wollten das Lichtführer nicht mehr sehen und ließen sich in ihre Betten bringen, aus denen sie nie wieder raufstanden. Die andere Nacht stiegen Vatek und seine Mutter auf den Turm, um die Sterne über die Reise zu befragen. Die Konstellation war in einem sehr günstigen Aspekt, und der Kalif wollte dieses so schmeichelhafte Schauspiel ganz auskosten. Er suppierte fröhlich auf der Plattform, die noch ganz schwarz war von dem scheußlichen Opfer. Während des Males vernahm man ein mächtiges Gelächter in der Luft, und Vatek zog daraus die günstigsten Schlüsse auf die Zukunft. Alles im Palast war in Bewegung. Die Lichter gingen die ganze Nacht nicht aus. Das Lärmen von Hämmern und Ambossen, die Stimmen der Frauen und ihrer Wächter, die singend stickten, alles dies brach in das Schweigen der Natur und gefiel Vatek ungemein, der schon glaubte, im Triumph auf den Thron des Sulaiman zu steigen. Das Volk war nicht minder zufrieden als er. Jeder legte Hand ans Werk, um den Augenblick zu beschleunigen, der ihn von den Launen eines so extravaganten Herrn befreien sollte. Am Tage vor der Abreise dieses unsinnigen Fürsten glaubte Karatis, ihm ihre Ratschläge wiederholen zu müssen. Unaufhörlich sagte sie ihm die Bestimmungen des mysteriösen Pergaments her, die sie auswendig gelernt hatte, und schärfte ihm vor allem ein, unterwegs ja bei niemandem einzukehren, und sei es auch wer immer. »Ich weiß wohl«, sprach sie, »dass du auf gute Platten aus bist und auf junge Mädchen, aber begnüge dich mit deinen alten Köchen, die die Besten der Welt sind, und erinnere dich daran, dass es in deinem ambulanten Sehrei wenigstens drei Dutzend hübsche Gesichter gibt, denen Baba Baluk noch nicht die Schleier gelüftet hat. Wäre meine Gegenwart hier nicht vonnöten, so würde ich selber über deine Aufführung wachen. Ich hätte große Lust, mir diesen unterirdischen Palast anzusehen, der mit für unser einen so interessanten Dingen angefüllt ist. Nichts liebe ich mehr als Unterirdisches. Ich habe einen entschiedenen Geschmack für Leichen und Mumien, und ich wette, du wirst dort das Höchste in dieser Art antreffen. Vergiss mich also nicht, und in dem Augenblick, wo du im Besitz der Talismane bist, die dir das mineralische Königreich ausliefern und dir das Innere der Erde öffnen werden, versäume es nicht, einen vertrauenswerten Geist hierher zu schicken, daß er mich mitsamt meinem Kabinett hole. Das Öl der Schlangen, die ich zu Tode gequält habe, wird ein sehr hübsches Geschenk für den Kjau sein, der diese Art Leckereien heben dürfte. Nachdem Karathis diese erbauliche Rede geendigt hatte, ging die Sonne hinter dem Berge der vier Quellen unter und machte dem Monde Platz. Dieses Gestirn, das gerade in seiner Völle war, schien den Augen der Frauen, der Eunuchen und Pagen, die alle ganz ungeduldig auf die Reise waren, von herrlicher Schönheit und ganz ungewöhnlicher Größe zu sein. Die Stadt zitterte von Freuden, Geschrei und Trompeten. Man sah nichts als wehende Federn auf allen Fahnen und im sanften Mondlicht glitzernde Agraffen. Der große Platz glich einem Blumenbeete, das mit den schönsten Tulpen des Orients ganz bedeckt war. Der Kalif im großen Zeremonienkleide stützte sich auf seinen Visier und auf Baba Baluk und kam die große Turmrampe herunter. Die ganze Menge warf sich vor ihm auf den Boden und die prächtig panaschierten Kamele knieten vor ihm nieder. Das Schauspiel war herrlich und selbst der Kalif stand eine Weile, um es zu bewundern. Alles verharrte in respektvollem Stillschweigen, das nur von einigem Geschrei der Eunuchen in der Arjere-Garde gestört wurde. Diese wachsamen Diener hatten bemerkt, dass einige Damenkäfige sich allzu sehr auf eine Seite neigten. Einige galante junge Herren waren nämlich geschickt hineingeklettert. Aber man hatte sie sehr schnell entdeckt und übergab sie mit guten Empfehlungen den Chirurgen des Sirei. Doch solche kleine Zwischenfälle unterbrachen die Majestät dieser großen Szene gar nicht. Vartek begrüßte den Mond mit sichtlicher Verehrung und die Doktoren der Rechte waren skandalisiert über diese Götzendienerei, ebenso wie die Visiere und die Großen des Reichs, die da versammelt waren, um noch einmal das Gesehenwerden von ihrem Herrn zu genießen. Endlich gaben Trompeten und Hörner von der Spitze des Turmes aus das Zeichen zum Aufbruch. Obwohl die Tromente ganz schön zusammenstimmten, glaubte man doch einige Dissonanzen zu hören. Es war Karatis, die Hymnen an den Giao sang, wozu die Negerinnen und die Stummen wortlos den Kontinobass machten. Die frommen Muselmanen glaubten das Surren dieser nächtlichen Insekten zu hören, die ein schlechtes Vorzeichen bedeuten und baten Vartek auf seine geheiligte Person recht Acht zu geben. Man entfaltete das große Banner des Kalifats. Zwanzigtausend Lanzen leuchteten auf einmal auf. Und der Kalif betrat voll Majestät die goldenen Gewebe, die man vor seine Füße gebreitet hatte, und bestieg unter Zurufen seiner Untertanen die Sänfte. Alsbald entwickelte sich der Zug in schönster Ordnung und so lautlos, dass man die Nachtigallen in den Zwergbäumen der Ebene von Katul singen hörte. Man legte vor Tagesgrauen sieben gute Meilen zurück, und der Morgenstern glänzte noch am Viermoment, als der mächtige Zug ans Tigrisufer kam, wo man Zelte errichtete, um den Rest des Tages zu ruhen. Die drei folgenden Tage vergingen in gleicher Weise. Am vierten aber stand der zornige Himmel in tausend Feuern. Der Donner machte einen entsetzlichen Lärm, und die zitternden Zirkassinnen umklammerten ihre hässlichen Wärter. Der Kalif hatte große Lust, sich in die mächtige Stadt Gulchisa zu flüchten, deren Gouverneur gekommen war, ihm Erfrischungen anzubieten. Aber nachdem er sich die Schüsseln angesehen hatte, ließ er sich furchtlos und beharrlich vom Regen bis auf die Knochen durchweichen, taub gegen alle Bitten seiner Favoritinnen. Sein Unternehmen lag ihm zu sehr am Herzen, und seine großen Hoffnungen unterstützten seinen Entschluss. Bald aber verirrte sich der Zug. Man ließ die Geografen kommen, um von ihnen zu erfahren, wo man wäre. Aber ihre ganz durchnäßten Karten waren in ebenso traurigem Zustand wie sie selber. Zudem hatte man seit Harun al-Raschids Zeiten keine weiten Reisen mehr gemacht. Man wußte daher nicht mehr, nach welcher Richtung man zu gehen hatte. Und Vartek, der große Kenntnisse über die Stellung der Himmelskörper besaß, wußte nicht, wie er auf der Erde daran war. Also schimpfte er noch mehr als der Donner und ließ ein paar Mal das Wort Galgen hören, das den literarischen Ohren nicht sehr wohl tat. Endlich, als er niemandem sonst mehr folgen wollte als seiner Idee, befahl er, die steil abfallenden Felsen zu traversieren und einen Weg zu wählen, von dem er glaubte, daß er ihn in vier Tagen nach ein heftiger Windstoß riß die Vorhänge der Palankine und Tragkäfige in Fetzen und gab die armen Damen der ganzen Wut des nun entfesselten Sturmes preis. Die Finsternis des Himmels vermehrte noch den Schrecken dieser grausigen Nacht. Man hörte nur das Jammern der Pagen und das Heulen der Fräulein. Zu allem Unglück vernahm man erschreckliches Brüllen und bald sah man auch in der Dunkelheit des Waldes flammende Augen, die nur den Teufeln oder den Tigern gehören konnten. Die Pioniere, die den Weg so gut es ging herrichteten, und ein Teil der Avantgarde wurden verschlungen, ehe sie sich's versahen. Die Konfusion war unsagbar. Die Wölfe, die Tiger und die anderen fleischwässenden Tiere liefen, vom Heulen ihrer Kameraden eingeladen, von allen Seiten herbei. Überall hörte man Knochen knacken und in der Luft ein unheimliches Flügel schlagen, denn die Geier gesellten sich ebenfalls zur Partie. Das Entsetzen gelangte schließlich zum Hauptchor der Truppen, das den Monarchen und seinen Sirei umgab und das zwei Meilen weiter zurück war. Vatek hatte noch gar nichts bemerkt. Er lag weich, auf seidenen Kissen gebettet, in seiner weitläufigen Sänfte, und während zwei kleine Pagen, weißer als das Emael von Franguistan, von ihm die Fliegen abhielten, schlief er einen festen, ruhigen Schlaf, in dessen Träumen er die Schätze Suleimans leuchten sah. Das Klaggeschrei seiner Frauen ließ ihn mitten im Schlaf in die Höhe fahren, und statt den Giau mit seinem goldenen Schlüssel sah er Baba Baluk ganz bestürzt und weg. »Sir«, rief dieser treue Diener des mächtigsten der Monarchen, »das Unglück erreicht seine Höhe. Die wilden Tiere, die ihre geheiligte Person nicht mehr respektieren werden als einen toten Esel, sind über unsere Kamele hergefallen. Dreißig der am reichsten Beladenen sind samt ihren Führern zerrissen worden. Ihre Bäcker, ihre Köche und die, die ihre Vorräte trugen, haben das gleiche Schicksal erfahren, und wenn unser heiliger Prophet uns nicht beschützt, so essen wir zeitlebens nicht mehr.« Bei dem Wort »Essen« verlor der Kalif seine ganze Haltung. Er heulte und schlug sich selber mit den Fäusten. Als Baba Baluk sah, dass sein Herr vollständig den Kopf verloren hatte, verstopfte er sich die Ohren, um wenigstens das Gezeter des Serai nicht zu hören. Und als die Finsternis immer mehr zunahm und der Lärm immer größer wurde, faßte er einen heroischen Entschluß. »Vorwärts, meine Damen und Herren«, schrie er aus Leibeskräften, »legen wir Hand ans Werk! Es soll nicht gesagt sein, dass der Herrscher der wahren gläubigen, ungläubigen Tieren zum Fraße wurde!« Ob schon er nicht wenig Störrische und Kapriziöse unter seinen Schönen hatten, waren bei dieser Gelegenheit doch alle ganz folgsam. In einem Augenblick sah man in allen Damenkäfigen Feuer aufleuchten. Zehntausend Fackeln waren auf der Stelle angezündet, und jedermann bewaffnete sich mit großen Wachskerzen, selbst der Kalif. In ölgetauchtes Werk, an lange Stangen gesteckt, wurde angezündet und verbreitete ein solches Licht, dass die Berge davon taghell erleuchtet waren. Die Luft war ganz erfüllt von Funkenregen, den der Wind überall hintrieb, sodass das Feuer bald Gras und Strauch ergriffen hatte. Und schon verbreitete sich die Feuersbrunst rapide. Von allen Seiten sah man Schlangen verzweifelt Früchten, die mit abscheulichem Zischen aus den Löchern fuhren. Die Pferde streckten die Nüstern in die Luft, wierten und schlugen aus. Ein Zedernwald, an dem man vorbeikam, geriet in Brand, und die Äste, die über den Weg hingen, übertrugen das Feuer auf die feinen Musseline und schönen Stoffe der Damenkäfige, sodass ihre Insassinnen herausspringen mussten, auf die Gefahr, sich den Hals zu brechen. Vatek spie tausend Flüche aus, denn er war wie die anderen gezwungen, seinen heiligen Fuß auf die bloße Erde zu setzen. Noch niemals war etwas Ähnliches vorgekommen. Die Damen, die sich nicht zu helfen wußten, fielen in den Schmutz, voll Ärger, Scham und Wut. »Ich gehen«, sagte die eine, »meine Füße nass machen«, die andere. »Ich meine Kleider beschmutzen«, rief eine Dritte. »Niederträchtiger Babaluk«, riefen alle auf einmal. »Du Höllendreck! Was hattest du Fackeln nötig? Lieber hätten uns die Tiger fressen sollen, als dass man uns in diesem Zustande sieht. Jetzt sind wir für ewig verloren. Es gibt keinen Packträger in der ganzen Armee, keinen Kamelputzer, der sich nicht rühmen kann, einen Teil unseres Körpers gesehen zu haben. Und was das Schlimmste ist, unser Gesicht!« Bei diesen Worten warfen sich die Schamhaftesten mit dem Gesicht in den Straßenschmutz. Die ein bisschen mehr Courage hatten, wollten auf Babaluk losgehen. Der aber war klug und kannte sie und floh deshalb, was er konnte mit seinen Genossen, die Fackeln schwenkend und dazu die Zimberle schlagend. Die Feuersbrunst verbreitete ein Licht wie die Sonne am schönsten Hunstag, und es war auch dementsprechend heiß. Und Gipfel aller Schrecken! Man sah den Kalif wie einen ganz gewöhnlichen Sterblichen im Dreck stehen. Die Sinne begannen ihm zu schwinden, er konnte nicht mehr weiter. Eine seiner äthiopischen Frauen, er besaß von allen Sorten, hatte Mitleid mit ihm, nahm ihn um den Leib und setzte ihn sich auf die Schultern. Da sie sah, dass das Feuer immer mehr um sich griff, lief sie pfeilschnell davon, trotz der Schwere ihrer Last. Den anderen Damen hatte die Gefahr den Gebrauch ihrer Beine wieder beigebracht, und sie liefen nach, so schnell sie konnten. Die Wächter rannten hinterdrein, und die Knechte warfen sich auf die Kamele und stürzten nach.